Goldabfäll-Archipel Goldabfäll-Archipel Insgesamt noch Mal sehen, wie viel Zeit noch Okay, das sind erstens neue Aufgaben Für die man sieben Tage Zeit hat Die müssen wir erstens so nicht machen Das haben wir abgeschlossen Ein Sommeraufenthalt am Meer Noch 16 Tage Sind hier zur Verfügung Und jetzt müssen wir uns erstmal darum kümmern Den steinernen Garten Von Kasua Fertig zu stellen Sehr viel fehlt da Ist das jetzt noch nicht mehr Ich gehe davon sowieso auch aus Dass jetzt die letzte Runde ist Tja, und anscheinend müssen wir uns jetzt erstmal hier Ein bisschen rundherum begeben Von der Insel Und dann müssen wir sowieso auch noch ein paar weitere Prisma-Strahler-Rätsel Sicherlich in diesem Part auch noch absolvieren Und dann Würden wir das Ganze jetzt auch mal zum Abschluss Bringen Warte mal, ist hier irgendwo eine Musche? Ah, da vorn Tja, interessant Ein weiteres geheimes Logbuch Time for... Retrofusion Order guide you Solidify Bust it Game's up Okay, damit hätten wir diese Tour jetzt geöffnet Warte mal Da haben wir jetzt schon den Felsen erhalten? Interessant Das ging jetzt, er sagt, doch um einiges schneller als erwartet Um einiges schneller als erwartet Sind wir dann jetzt anscheinend An den Felsen und an den Pinsel herangekommen Wie schon zuletzt gesagt Ich kenne mich zwar, er sagt so, mit der Erschaffung Von kleinen Miniaturgärten Oder Miniaturlandschaften nicht aus Auch er sagt nicht, was man da sagt Für einen Stein an den Garten er sagt, bräuchte Aber Grunde genommen denke ich eigentlich mal Das mit dem letzten Stein und mit dem Pinsel, den wir jetzt hier gefunden haben Eigentlich das ganze gebildet zum Abschluss Kommen müsste Ist zwar nur eine Vermutung meinerseits Aber was sollte da jetzt ein großartiges noch gemacht werden? Wir platzieren jetzt, er sagt, den Stein und den Pinsel Werden, er sagt, wieder hineintransportiert Teleportiert Absolvieren dann wieder mal, wie schon gesagt Ein paar kleine Prisma-Lampen Rätsel Rot, Gelb und Grün Und mal sehen, was uns dann danach wird hier blühen Ach, die letzte Runde Hm, das kann der Sack jetzt sogar noch einfacher werden als erwartet Ja, das ging jetzt sogar einfacher als gedacht Ein weiterer Talisman Ein Talisman wird reingesammelt Und ja Jetzt wüsste ich ja, er sagt, auf Anhieb nicht so ganz Warte mal weiter geradeaus Mastor, wir sind die only Servanten Are you sure about this? After we're gone Who's going to Don't worry I'll be fine Your mother died early And now that your father has left you You're all that remains of this clan now I suppose that this is the last time We will ever see each other Master Please take care of yourself Everyone on board Farewell Oh, interessant Das Ganze läuft, der Sack jetzt, in eine Richtung ab Die ich jetzt an sich ja nicht erwartete Ja, das sind jetzt, er sagt, wirklich die letzten Augenblicke des Kaedahara-Clans Bevor er, er sagt, Kazuha Inazuma verließ Äh, aber wieso komme ich da jetzt nicht rauf? Was ich, er sagt, hierbei auch nicht so ganz verstehe Ist die Tatsache, dass das Hüpfen hier So eigenartig verläuft Das glaubt man, er sagt kaum Aber gut, es muss doch hier, er sagt, noch einen einfacheren Weg Okay, ich war mir ziemlich sicher, ich hab in diese Richtung nicht Gesteuert, aber gut Ja, anscheinend müssen wir, er sagt jetzt, das Haus von Kazuha neu errichten Ansatzweise Okay, sehr interessant Und ausgerechnet hier drin, finden wir jetzt eine Muschel Ja, sehr interessant Wie der Dichter das schrieb Wunderbar Aber im Vergleich zum letzten Part Ist das, er sagt jetzt hier wohl wirklich der kürzeste Abschluss überhaupt Das dauert Jansch Visionhunter Kree, hande eure Visionen jetzt Diesen Weg, schnell Okay, das Ganze kann jetzt hier beim besten Willen nicht allzu lange dauern Nein, das kann, er sagt, jetzt hier nicht so lange dauern So, mal sehen Wir feuern, er sagt, das Ganze hier ab Es wird hier ankommen, dort ankommen, wunderbar ankommen Und danach holen wir uns auf alle Fälle die nächste Farbe Okay, das war ein bisschen verfrüht Aber irgendwie haben wir es trotzdem so geschafft War jetzt, er sagt, nicht ganz komplett richtig gewesen Aber gut, dringend im zerstörten Raum weiter vor Okay, ganz offensichtlich haben wir ja schon teilweise das Ganze richtig gemacht Okay Okay, ganz offensichtlich Jetzt erstmal wieder hier der Weg zurück Da müssen wir jetzt Ah ja, die nächste Tür muss also gleich geöffnet werden Und warte mal, irgendwo war hier jetzt Doch eine Truhe erschienen, oder? Es hörte sich jetzt danach an Als wäre hier eine Truhe irgendwo erschienen Ja, auch wieder sehr interessant, diese Texte Also gut, wir feuern, er sagt das Ganze hier ab Dann geht's dorthin Hier längs Okay, das klappt, er sagt alles Wunderbar Besser als erwartet Tja, das läuft bisher wirklich alles viel reibungsloser ab als im letzten Part Oh The almighty Shogun is holding a jewel before the throne Unauthorized personnel are strictly forbidden from coming near Wait, the kid has a vision? Get him! Don't let him get away! I will have order Stabilize Ich muss Ich muss mitdrehen Okay, das verlief der Sack jetzt auch ziemlich einfach. Jetzt schiebe ich jetzt. Jetzt soll ich sterben. Okay, ich weiß jetzt, er sagt nicht gerade, was jetzt geschehen ist. Wir sind irgendwie hier durchgefallen. Aber ich hatte jetzt keine Ahnung, wie wir das jetzt geschafft haben. Aber sei es drum. Es fehlt ja jetzt sowieso nicht mehr allzu viel, bis wir, glaube ich, am Ende unseres Weges hier angelangt sind. Okay, wir müssen jetzt erstmal wieder abwarten, bis der wieder oben ist. Oh, soviel dazu mit dem Abwarten. Okay. 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 Let's go! Let's move! Let's do�! This is order! Stabilize! Shine down! I won't! These are about to get spicy! I lost! Who goes there? Teach me a lesson! Ah! I dare you! Don't hold me! Illusion shattered! Torn to oblivion! Show me what you've got! I must withdraw! Solidify! Okay, das läuft der Sack wirklich um einiges angenehmer ab als der letzte Part. Soldiers! Trick! Ginza! Shine down! Forget this! Bastard! There is no escape! I need to train harder! The life of a wanderer is full of hardships. I have asked myself these questions many times. Should I go? If so, where to? And by what means? I'm really excited, how the whole story will go out. War! Illusion shattered! Now you shall perish! Order guide you! You deserve not to get spicy! Shine down! I'll be with you! I'm finally hungry! Time for? Yes! Quietly now! Okay, Ende gut, alles gut. Äh, aber jetzt fehlt mir hier, glaube ich, irgendwo so ein Prisma-Werfer. Achso, hier ist er. Okay, jetzt fehlen mir hier aber ein paar Farben. Oder? Nein, mir fehlen, er sagt doch, keine Farben. Jetzt fehlen mir, er sagt bloß die Dinger, wo ich die Talismane reinmachen kann. Und die Antwort darauf ist dann gleich hier verborgen. Okay, das war jetzt, er sagt, wieder mal ein bisschen unverschämt. This will do, huh? Gotcha. There is no escape. Das heißt, hier ist noch ein ganzesile Kuss. Ha! Ah! Okay, das ist ein ganzesile Kuss. Okay, das ist ein ganzesile Kuss. Lass doch einfach. Ich brauche dich jetzt. So, der Samurai ist erledigt. Die Abfahrt von Inazuma ist dann somit auch gleich mal gestartet. Jetzt bräuchten wir bloß noch ein bisschen Stärkung hier. Kaidahara, das ist du, richtig? Geh auf, ich werde dich rausziehen. Aber warum hast du mir geholfen? Ich bin ein gefehlender Fugitiv. Obviamente das Yashiroka? Ein anonymes Finansionssponsor will, dass du dir sicher rauskriegst. Aber es ist nur so viel sie können. Nach dem, du bist auf deinem eigenen Weg. Mein Vater hat einmal zu Leib. Mein Vater hat über Mondstadt. Aber wo ist der richtige Ort für mich? Stop! Ich sage Ihnen, nicht zu versuchen, zu resisten! Oh, wirklich? Die sky ist getting dark. Looks like es wird rain. Also, ich bin jetzt so langsam, dass ich auch mal gespannt, wo eigentlich die Reise hier enden wird. Es sieht ja jetzt hier eigentlich mal wieder ganz nach Inazuma aus. Das ist laut. Tja, Tja. I will have I will have catch Busten! Stabilize! Illusion shudder! Jetzt sollst du sterben! Schau! Hey, Bust? Sind Sie okay? Nehmen Sie einen Rennen oder was? Piraten? Du kannst uns das nennen. Also, kommen Sie oder nicht? Okay, wir müssen jetzt also nur noch die Alcor betreten. Und danach... ...müssten wir, sag alles, aus Kaedehara Kasuhas Leben erfahren haben. Die komplette Geschichte... ...hätten wir damit wohl gleich abgeschlossen. Antik und voller Kultur. Oh, cool! ... ... Sie oft tragen eine Art von Regen. Die Kaidahara-Clan ist kein Exception. Aber das ist okay. Parten produzieren Reunionen. Wenn nicht nach Hause, dann in einer distanten Land. Diese Mirage ist ziemlich faszinierend. Es presentiert die Leben wie eine Stage-Play, mit jeder Szene mehr captivatinger als die letzte. Sie sagen, die Astrologer haben alles gesehen. So, wenn diese Mirage intrigiert dich? Das sagt, es war eine wertvolle Behandlung. Ahem. Wie ist deine Mood? Mäne Fräulein inquiert um Ihre heutige Well-Being, Lord Kazuha. Ich hoffe, dass dein Herz nicht zufrieden ist. Es ist nicht möglich, dass jemand so glücklich ist, nach dem all das Leben. Was? Du hast einen Punkt. Danke für deine Behandlung. Fortunately, all diese Dinge sind jetzt vorbei und weg. Als ich das Bonsai gesehen habe, dachte ich, die Möglichkeit, dass... ... ich brauchst du für dich. Vielleicht ist das, warum ich hier musste, selbst zu sein. Ich glaube, es war mir selbst. Es war eine Katastrophe. Es war eine Katastrophe. Aber es war nichts. Es war nichts. Während wir uns verabschieden, ich hatte viel Zeit, zu reflektieren. Ich denke, ich verstehe jetzt endlich. Die Mirage... ... ist mir. Die Empte Flower-Pot ...repräsenz die state von meinem Herz. Wenn das Herz ist klar, ... die Welt ist, auch. Und wenn das Herz ist unladen, ... das gleiche ist. Klar und unladen. Das beschreibt, wie ich fühle mich jetzt. Also... ... ich würde nicht sagen, dass es keine Regretungen gibt. Das ist zu sein. Es ist zu sein. Es ist auch zu sein. Das ist warum dieser Bonsai, ... als Teil meiner Mirage ist. Es hat mir eine Chance, ... zu erfüllen meine Wünsche. Ich habe nie gedacht, ... dass, deep down in meinem Herz, ... ich auch wollte, ... meine eigenen Bonsai machen. Vielleicht ist das, ... das wirklich bedeutet, ... zu halten, ... die Traditionen von Kaidahara. Hast du zu tun, ... was du willst, Kasua? Ja, ... du kannst das sagen. Du sahst meine Vergangenheit, ... und sagst sie zu ihm. Nur wenn du siehst, ... meine ganze Geschichte, ... wird es wirklich verbunden, ... mit der Geschichte. Was wirklich wichtig ist, ... ist nicht, wie wir sind, ... mit uns selbst, ... sondern, ... die Verbindungen, ... wir machen, ... mit dem Weg. Es gibt keine Zukunft, ... für diejenigen, ... mit dem Vergangenen, ... in der Vergangenheit. So bitte, ... glaube ich, ... wenn ich sage, ... dass ich schon lange gekommen bin, ... und ich intend, ... zu gehen weiter, ... still. Ich will immer ... treasurest deine Unterstützung. ... in der Vergangenheit, ... in der Vergangenheit. Hier, ... gibt es keine Selbst, ... keine Gefangenheit, ... keine Gefangenen, ... und keine Gefangenen. Lass uns auf eine Reise ... denn ich bin der Wind. ... in der Vergangenheit. Wir werden wieder treffen, ... egal wie weit ... über die Straße. Das Leben hat gerade begonnen ... und vielleicht kann der ganze Welt ... mein Haus sein. Ja, das ist nämlich mal eine nette Abschlusssequenz. Das heißt aber nicht, ... dass der Ton jetzt unbedingt weggehen muss. Bitte das Ganze fortsetzen. Bitte das Ganze fortsetzen. Okay, ich höre wieder Wasser, ... jetzt geht's weiter. Und ich bin dann schon mal ... auf das nächste Gebiet gespannt. Es war eine lange Reise heute. Paimon wird ein bisschen schlafen. Es war eine lange Zeit. Es war eine lange Zeit. Was ist falsch? Du bist nicht so gut. Nichts. Vielleicht ist heute eine Arduende Reise ... macht mich ein bisschen ... ... aus dem Sinne. Hm? Mein Fräulein, ... bist du okay? Oz, ... Curb deine curiosity. Ja, mein Fräulein. Hm. Ich hoffe, dass ich etwas finden kann, ... für uns zu essen. Go ahead und resten, ... wenn du dich fühlst. Aber jemand, der auf geht, ... ist willkommen zu helfen. Ich helfe. Oh, mir auch. ... 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 Es scheint, dass andere Dinge immer wieder passieren, wenn ich mit dir bin. Ich versuche eine Divination, lesen die Signale, auf der Zielsetzung und dann lösen das Problem. Du bist mit allen Dingen von Freunde, Zeichnen und Bestenien. Es ist unglaublich. Nein, du bist unglaublich! Du hast Fischl und uns geholfen, diese Situation zu lösen! Und wer ist jetzt Leonard? Alle Dinge, ich glaube. Wir hoffen, dass wir alle zusammenhalten können und das zu lösen, wie wir letzte Mal hatten. Wenn du zusammen sagen möchtest, meinst du die zwei von dir? Oder alle drei von uns? Okay, okay, die drei von uns dann. Manchmal gibt es Paimon eine wundervolle Perspektive, die mir sehr hilfreich sein kann. Ich glaube, das ist das Problem. Awww! Kaimon ist zu liefst du viel, Genius Astrologist Mona! Ja, das ist die Perspektive, ich spreche. Du wirst niemals einen Astrologist, wie ich mich als ich. Hahaha! Ja! Alles über dich ist großartig. Except für... Um... Bitte nicht schreit wie Fischl wieder. Ever. Oh, sorry. Friends Habits rub off on you, wenn you spend a lot of time together, don't they? Hm. I'll keep observing the stars. Keep in touch, Traveller. Na gut, damit hätten wir jetzt offiziell den zweiten Urlaubstag abgeschlossen. Und der dritte Tag der flammenden Pfade kann in Kürze, wie es aussieht, beginnen. Ere! Ja, der dritte Tag 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 der Dritte Tag. Trudendido universitäre. D functionality ist, wie es aussieht, wie es aussieht.